Halleluja Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal zur späten Stunde heute am Sonntag. Der Grund dafür ist ganz einfach, ich war jetzt erstmal heute den gesamten Tag unterwegs. Ich war in den Niederlanden, wir haben Bekannte besucht und ich habe dieses Video hier, was ihr jetzt gerade hier seht, nicht im Voraus aufgenommen. War sehr intelligent von mir, dementsprechend muss ich das jetzt hier um 18.15 Uhr noch aufnehmen und fertig schneiden für euch und hochladen für euch, sodass ihr diese Information eben bekommt. Jetzt mag sich vielleicht einer fragen, wenn man jetzt hier mal auf den Uploadplan schaut, so Hey Marcel, wo ist eigentlich das, ich sag's jetzt einfach mal versprochene Mario Kart Video, was heute kommen sollte, das kam gestern. Super Mario Maker 2 musste ich leider ausfallen lassen, was heißt musste ich ausfallen lassen. Ich hätte es bringen können, aber jemand hat in den Kommentaren geschrieben, hey Marcel, nimm dir mal ein bisschen mehr Zeit für Super Mario Maker 2, dann hast du auch mehr Zeit für die Level und so. Hat er auch recht, mache ich auch an der Stelle und deswegen musste ich halt Super Mario Maker 2 eben ausfallen lassen, deswegen kam Mario Kart gestern. Und für das heutige Video, also was ihr jetzt hier gerade seht, habe ich mir etwas überlegt. Denn ich überlege jetzt schon seit zwei Wochen, eigentlich sogar schon seit ein paar mehr Wochen, um genau zu sein, überlege ich etwas zu machen für euch. Ihr seht's ja auch schon im Titel, irgendwie sowas wie, was auf euch zukommen wird oder sowas, irgendwie sowas steht halt hier in dem Titel, ihr seht's ja. Und ich habe etwas geplant, schon vor Wochen und ich möchte euch das halt eben präsentieren. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein Thumbnail, ja, ihr seht es jetzt hier gerade und ihr dürft einfach mal schätzen, was es damit auf sich hat. Ich werde es euch so ein bisschen jetzt hier erzählen, denn es gibt etwas, wie gesagt, was auf euch zukommen wird und was euch vielleicht auch interessieren wird. Es wäre sehr schön, wenn ihr mir da auch in die Kommentare natürlich schreiben könnt, ob euch das Ganze interessiert oder nicht. Ich möchte nämlich einen Content-Umschwung machen. Macht euch keine Sorgen, das Ganze ist nicht für diesen TheSaintTV-Kanal, um Gottes Willen nein, weil ich möchte diesen TheSaintTV-Kanal komplett auf Gaming irgendwie fokussieren. Ich möchte mit dem TheSaintTV-Kanal weiterhin Gaming-Videos machen, wie ich Videospiele spiele, wie ich Pokémon, was weiß ich, alles mögliche, halt eben Spielequizzes mache, Gameshows, was auch immer. Das bleibt hier alles bei TheSaintTV, aber ich möchte mich bei etwas anderem wagen. Ihr wisst vielleicht aus anderen Videos, vergangenen Videos, wie ich immer erzählt habe, ich habe noch einen anderen YouTube-Kanal auf YouTube. Stimmt auch, um den geht es aber auch gar nicht, weil diesen anderen YouTube-Kanal, den ich mache, wo ich auch ein bisschen anderen Content mache, den werde ich euch ja noch nicht verraten. Vielleicht in Zukunft, wer weiß das schon, aber mit dem möchte ich ja von Anfang an starten und möchte gucken, wo ich da hinkomme. Es geht aber um einen dritten Kanal. Ja, nennt mich verrückt, ich weiß, nennt mich ruhig verrückt. Jetzt habe ich drei Kanäle insgesamt, die ich mehr oder weniger aktiv führen werde und will. Ich habe diesen TheSaintTV-Kanal, ein Kanal, den ich euch noch nicht sagen werde und jetzt ein Kanal, den ich erstellt habe für diesen Content-Umschwung, wie im Thumbnail, was ihr vorhin gesehen habt. Den Content-Umschwung, den ich nämlich machen möchte, ist auch mal in Richtung Real-Life-Videos gehen. Das sagt auch so ein bisschen das Thumbnail, klar, man hat es vielleicht auch gesehen gehabt, in dem Thumbnail befindet sich die Plattform Instagram drauf und so, aber es ist trotzdem ein Content-Umschwung, den es sonst so nicht auf TheSaintTV gab, den ich aber gerne einfach mal wagen würde. Das wird so, weiß ich nicht, hoffentlich ein Video in der Woche halt eben sein. Das ist ein neuer YouTube-Kanal, den verlinke ich euch jetzt schon in der Videobeschreibung. Das ist ein Kanal, den habe ich einfach nur Sane genannt. Ich glaube, das passt am besten, oder Seine, wie ihr es auch mal aussprechen wollt, den habe ich einfach nur so genannt. Und dort möchte ich so einen Style von Videos machen, wie ihr es jetzt gerade im Thumbnail gesehen habt. Ich werde noch nicht spoilern, was für ein Video das ist. Das werde ich auch noch groß irgendwie dafür werben, sage ich jetzt mal, wenn das Video rausgekommen ist, sodass die meisten Leute darauf gehen sollen. Aber dieses Video hier zielt darauf ab, dass da in Zukunft etwas auf euch zukommt, was euch vielleicht sogar erfreuen wird. Da muss ich erstmal rülpsen, man kennt mich nicht anders, entschuldigt mich dafür. Was ich sagen möchte mit diesem Video ist halt, ich habe einen YouTube-Kanal erstellt, er ist Sane, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Abonniert ihn, wenn ihr einfach mal, ich sage mal, eine Überraschung sehen wollt. Falls ihr einfach mal anderen Content sehen wollt, als sonst das, was ihr auf TheSaneTV seht. Denn ich glaube, da gibt es so ein paar Leute da draußen, die auch mal anderen Content sehen würden. Hey, ich habe im Uploadplan, äh im Uploadplan, ich habe in dieser Kanalumfrage gefragt gehabt, hey, würdet ihr einen YouTube-Kanal von mir abonnieren, der abseits von Pokémon zum Beispiel Content irgendwie hochlädt oder so. Und da haben genügend Leute gesagt, ja, würdig und so. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der dieses Video hier sieht, der meinen YouTube-Kanal sieht und sich denkt, hey, das ist eigentlich ein Content, den ich mir auch mal bei Marcel anschauen möchte. Das ist einfach nur ein Versuch, ich möchte mich ausprobieren. Ja, ich bin jetzt in so einer kreativen Phase, jetzt habe ich auch die Zeit dafür, um mich ein bisschen auszutoben und so. Und ich möchte einfach mal sehen, ob es mir Spaß macht, ob ich dafür Zeit finde, ob ich auf Video-Ideen komme und so weiter. Und dafür ist dieser andere Kanal halt eben gedacht. Das bedeutet also, ich würde mich wirklich aus dem Herzen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du, der Zuschauer, eben in die Videobeschreibung reinklickst, auf diesen Kanal gehst, den vielleicht abonnierst, wenn du schon möchtest oder einfach zwischendurch mal vorbeischauen. Irgendwann werde ich nochmal für den Werben, wenn ich ein Video dort hochgeladen habe, wo ich das Video anschauen könnte, was ich dazu gemacht habe mit dem Thumbnail, was ich euch vorhin gezeigt habe, so als kleine, ich sage es mal, Preview, so dass ihr euch schon mal so ein bisschen, so ein bisschen rantrauen könnt und so, was für ein Content das halt eben sein wird. Würde mich sehr freuen. Guckt einfach mal, ob es euch gefällt dann, sobald halt ein Video rausgekommen ist. Und ja, vielleicht gibt es dann halt eben die Möglichkeit für mich, einen Zweitkanal zu führen, wo ich auch extrem viel Spaß habe, wie hier auf dem Dissert-TV-Kanal. Das Ganze wird dann auch nicht dafür sorgen, dass die Videos hier auf diesem Kanal stigmatisiert werden. Ich werde weiterhin meinen Upload-Plan durchführen und so. Ich werde euch immer auf dem Laufenden halten, auf Discord oder auf Twitter oder so, wenn ein Video mal ausfällt. Das heißt also, falls ihr noch nicht auf Twitter oder Discord seid, Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung, ganz einfach. Dort einmal folgen oder halt dem Beitreten, dem Server zum Beispiel von Discord und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja, das ist eigentlich die Information, die ich euch bringen möchte. Ist jetzt nicht das größte Video, ich weiß. Und vielleicht hätten sich die einen oder anderen über ein Gaming-Video gefreut und so. Aber hey, vielleicht habe ich halt hier die Möglichkeit, um mit anderem Content Spaß zu haben und so. Und ich denke mal, das ist so das, was ihr auch wollt, dass ich auch Spaß mit meinen Videos habe, literally. Ihr wollt natürlich auch Spaß haben mit meinen Videos und so. Aber ihr wollt natürlich auch irgendwie bestimmt schon insgeheim, dass ich auch Spaß habe mit den Videos. Sonst gefällt es euch ja nicht, sehr klar. Also, seht es als eine Art Versuch, als Experiment an, ob es mir gefällt und so. Wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann wisst ihr, dann mache ich da kein Content mehr weiter. Aber ich probiere es einfach mal. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, würde mich freuen und supporten. Wobei, bei so einem Video hier will ich eigentlich, also da braucht ihr keinen Daumen hoch oder sowas geben. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf so ein bisschen, ja, so Real-Life-Videos von meinerseits. Jetzt auch abseits von Vlogs, müssen ja nicht immer Vlogs sein, sondern auch so, ja, einfach, macht euch einfach, lasst euch auf eine Überraschung halt eben irgendwie aus oder so. So, naja, ich würde sagen, haut da rein, ich wünsche euch noch was und tschüss, tschüss.